Das grundlegende Gesetz der Reisen in der Zeit. Niemand aus der Zukunft hat das Recht, die Vergangenheit zu verändern, in sie einzugreifen. Es fehlen noch drei Worte, Ron. Das verspreche ich. Aber wenn ich ihn warne, verletze ich doch nicht das Gesetz. Er selber war bei den ersten Reisen in die Vergangenheit dabei. Er selbst hat dieses Gesetz gefordert. Wir verlassen den Zeitraum Delta G. Welche Zielrichtung? Chateau Noir, das ist das Codewort für den Kurs, Ael. Er muss bei dir programmiert sein. Wir sind bereits zweimal dort gewesen, Ael. Einmal war Vater dabei. Die Zeit ist Grafen Saint-Germain. Wir sind nicht allein. Vor uns fliegen drei Zeitmaschinen zum Chateau Noir. Soll ich Verbindung aufnehmen? Nein. Was sind das für Maschinen? Transportmaschinen für schwere Lasten.